Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In diesem kurzen Video möchte ich euch über die Amazon-Angebote im Rahmen des Black Fridays informieren. Und zwar gibt es seit heute im Rahmen, wie gesagt, des Black Fridays Garmin-Angebote, beziehungsweise es werden hier Sport- und Fahrrad-Navis angeboten. Als kleine Highlights habe ich zum Beispiel hier die Phoenix 6X Pro für aktuell 488 Euro oder eine Garmin Vivoactive 4 für 188 Euro oder eine Venue 2, was neu herausgekommen ist, für 259 Euro, beziehungsweise auch zum Beispiel der Garmin Edge 530 für 158 Euro. Das sind wirklich sehr starke Preise. Das Angebot gilt jetzt vier Tage. Ich werde entsprechend die Uhren in meiner Videobeschreibung verlinken. Das Ganze unterstützt ein bisschen den Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr die nutzen würdet. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.